Lbrabllará! Lbrablllblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl... Achso, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Verkway. Hallo! Vier Bonusmaps mit Fly Reloaded und dem Patrick. Hallo! War das nicht gut? Das war voll geil. Ich hab dran gedacht. Das war voll geil. Leute, es geht 1 zu 1. Ich habe noch so ein Rohr dabei. Ich habe ein Rohr dabei. Ach so, das Rohr. Unter uns, guck mal. Links, rechts, unten. Ah, da gehen ja ein paar Leute. Ein paar Püppels. Oder hinten? Ein paar Püppels. Da hinten sitzt schon einer, der schläft. Den will ich. So. Alter, weißt du was? Ist mir jetzt scheißegal. Lass die Verstärkung holen. Ich mache jetzt hier mal Kabumsi. Ich bin angegriffen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ich bin gleich tot. Alter, ich bin tot. Ja, hier war ein Neopard, Mann. Alter, hilf mir. Ja, ich komme. Ich bin jetzt tot. Das geht aber schnell. Alter, ich war am Mörser, Mann. Und da greift sich so ein scheiß Neopard an. Ach, du bist zuerst entdeckt worden, ne? Ja, ja. Ohne und zuerst gestorben, also von daher zwei. Patrick, nicht im Punkt. Du bist beschossen. Ich merke es. So, ich bin hinter dir, mein Freund. Ich habe eine Idee. Kennst du meine Idee? Ne. Weißt du, was meine Idee ist? Meine Idee ist... Also wenn ich jetzt nur saß, habe ich ein Problem. Ich bin der Erste auf dem Dach. Alarmparty gibt es heute hier. Alter, ich werde beschossen. Warum? Schluss jetzt. Hallo, guten Tag. Hinterm ist ein Tank. Gute Deckung. Alter, geht alles voll schnipern. Hier nicht, die Leider hochgehen, Junge. Du kriegst ein Kügelchen ins Ährchen. Oh, ins Öhrchen? Ins Öhrchen. Ins Ährchen. Vor dir ist einer, ne? Nur zur Info. Naja. So viel zu der Info. Bist du kaputt? Ich bin Bauer von kaputt. Ich werde gesnipert. Ich sehe das jetzt erst. Weg hier. Huch, ich bin es auch hier. Alter, hast du mich erschrocken, ey. Ich dachte, die sind hätte mir hergelaufen. Wir müssen erst ein paar Gegner sammeln. Da unten ist schön rot. Wo sind die Gegner? Alter. Jetzt snipert der von da hinten. Ja, lad doch nach. Du hast doch Zeit, du Sack. Ich bin wieder tot. Alter. Ich wicke gleich einen, ey. Ich bin auch tot. Das war ja voll fail, ey. Komm, das wird nochmal gemacht. Wir knacken mal. Wir schneiden mal bis zu der Stelle, wo wir waren. So, Freunde. Wir probieren es jetzt von der anderen Seite hier. Ganz hochprofessionell. Ja. Nicht entdeckt Modus. Bist entdeckt worden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der hat dich Arschloch genannt. Ich habe ihn gerecht. Okay. Ich habe gerade was geschossen. Geil, der Sniper zieht einfach unten auf seinen Boden. Das ist auch geil. Wie bei GTA, die Cops. Was macht der denn hier für einen geilen Move, ey? So. Hallo. 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 Nicht so schnell. Hallo. Tank. Was macht der Tank? Was macht der Tank hier? Fährt der mit dem Tankwagen zu mir. Warum? Ich habe nichts mit Stellen. Nee? Nö. Okay. Ich dachte, er ist das bestellt. Hallo? Ich bin tot. Wieso fahren die mit den Autos hier alle weg? Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Die sind so ein bisschen bei der Baustelle. Oh, der Gastanktank bremt hier schon. Ich muss hier weg. Der Stank, ey. Sonst pupse ich gleich in die Luft. Der Pupsertrieb. Hallo. Ich komme nicht durch. Ich bin wieder zu fett, ey. Immer wieder zu fett. Hier ist ein Fett hinter uns. Oh, die habe ich nicht gesehen. Scheiße. Alter, ich bin zermatscht worden. Ich bin tot. Hilfe. Ich auch. Hilfe. Nein. Sind wir heute Scheiße oder sind wir Scheiße? Verdu. Oh. Der hat drückt meinen Kopf. Er macht, ey. So. Wieder eine Action. Nach dem tollen zweiten Fail. Da oben ist Arsch. Ruh oder Arsch. Warum ist die so schnell leer? zweimal geschossen so, bis zweimal entdecken wurden zwei Punkte für mich, ja läuft bei mir so, meine Freunde, hier gibt es ein bisschen Action heute nur heute im Super-Sonderangebot mit heute Action in der Popo was? in der Action da dürfte ich mehr als zwei schon Alter, du hast so viel Action hier gerade schon wieder entdeckt worden, noch ein Punkt für mich wow, vom Typ stirbt er nicht hier Junge Alter, das sind fucking viele Gegner, kann das sein? ja, ist so ein bisschen oh, Fetty hat ein Munitionsding ich hab gedacht, der hat Feuer hast du mich schon wieder entdeckt, ja so, weg mit dem bist du schon wieder entdeckt worden so, hier vorne ist aufgeräumt jetzt müssen wir noch irgendwie nach rechts oder so ja, da ist ein Moppelchen da hinten Moppel, Doppelchen Moppelchen gehälte Moppel, 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 Moppel Moppel, Moppel Moppelchen, ich hab was für den Moppelchen Moppelchen, komm mal zu mir Moppelchen 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 Oh yeah, was für ein Style-Flug